Das Leben ist etwas Interessantes. An einem Tag kann man der glücklichste Mensch der Welt sein. Am nächsten kann man alles verlegen. Die ganze Motivation, Leidenschaft, Prinzipien, Tatkraft. Heutzutage lebe ich einfach vor mich hin. Man sagt, die dunklesten Nächte enthalten die hellsten Sterne. Ich sehe aber keine. Wie lange ist es her? Kommt es wie gestern vor? Oder wie eine Ewigkeit? Ich höre nicht so. Ich? Kannst du überhaupt irgendetwas wiederholen, was ich in den letzten Minuten sagte? Ach so? So greifst du mich jetzt an? Na klar greife ich dich an. Hörst du überhaupt, was du sagst? Ach! Schon wieder! Ich brauche morgen für diese die Berichte. Die Geschäftsführung ist momentan nicht besonders zufrieden mit uns. Alles klar. Was ist denn überhaupt passiert? Jeden Tag nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und was ist mit mir? Also da du mich so gut verstehst, wie du immer sagst, dachte ich, du würdest dieses auch verstehen. Vertrehe bitte meine Worte nicht. Du weißt wohl, was ich meinte. Du hast damit angefangen. Also bin ich daran schuld? Also wenn du vom Anfang deine fiesen Methoden nicht benutzt hättest, wäre ich auch nicht so fies gewesen. Wer hast du immer noch darauf? Mir wäre es lieb, wenn du mich auch ein bisschen berücksichtigen könntest. Du denkst nur an dich selber. Ja, schon. Weil ich mir die ganze Zeit vernachlässigt vorkomme. Ich habe mich schon viel zu oft auf dich konzentriert. Deinetwegen habe ich viele Freunde verloren. Was? Wann hast du dich jemals meinetwegen auf etwas bezichtet? Ich kann im Moment kein Beispiel nennen, aber ich weiß definitiv, dass ich es oftmals gemacht habe. Genau, weil es niemals geschehen ist. Du weißt selber, dass ich es getan habe. Du weißt doch, wie es ist, wenn einem auf Anhieb keine Beispiele einfällt. Ach, das alles ist doch so kompliziert. Alles okay, Mann? Ja, ja. Also, so ganz okay siehst du nicht aus. Denkst du wieder an sie? Es ist schon lange her, Mann. Vergiss sie doch. Ich dachte, ich hätte. Aber dir geht es doch nicht so gut. Stimmt. Seitdem ist alles anders. Kann nicht mehr die Energie oder Aufregung aufbringen. Es wird werden. Komm schon, Alter. Spiel mit uns. Nee, liebe nicht. Danke. Wissen Sie, eine ältere Frau hat früher oft hier gesessen. Sie fütterte immer die Einhörnchen. Was? Sie kommen noch dann und wann. Reden Sie mit mir? Komische Frau. Olli, spiel mit uns Billiard. Nein, danke. Ach, komm Olli, nicht so ernst sein. Es lohnt sich nicht immer so depressiv zu sein. Nee, ist ja gut, Hans. Wie du meinst. Schaffen Sie das mit den Berichten? Ich brauche sie so bald wie möglich. Ich bin gleich damit fertig. Geht es Ihnen in letzter Zeit in Ordnung? Sie scheinen etwas nicht gut drauf. Ja, alles in Ordnung. Okay, gut. Also, schreiben Sie die Berichte fertig. Sie kommen jeden Tag hierhin. Aber es scheint, als ob Sie gar nichts um sie wahrnehmen. Wie? Sie sind in Ihren eigenen Gedanken vertieft. Etwas belastet Sie. Wovon? Sind die Blumen dort drüben nicht schön? Wer sind Sie überhaupt? Nur eine Passantin. Merkwürdig. Geht es ihm okay? Er verbringt heute zu Tage die meiste Zeit alleine. Ihm geht es okay. Mach ich den keinen Zogen wegnehmen. Sicher? Ich habe gehört, dass die Trünnung echt schlimm war. Dass er seitdem nicht dasselbe ist. Ich mache auch Sorgen um ihn, aber ich denke, er versteht sich selber am besten. Ist das dein Ernst? Ich habe bei dir immer versucht. Es tut mir leid, Oliver. Lebe voll. Lebe du auch voll. Hier schon wieder, um über das Leben nachzudenken? Hallo. Leben Sie gern als Zombie? Weiß ich nicht. Keine andere Wahl? Wenn du meinst. Etwas Interessantes in letzter Zeit? Oder alles beim Alten? Kenne ich sie? Oder bemerkst du dabei gar nichts? Übrigens kann ich einen interessanten Ort. Wie? Ziemlich salopp. Nicht viele Menschen. Hätten sie Lust? Ich kenne sie doch gar nicht. Kommen sie schon. Gehen wir. Was? Wohin gehen wir denn? Es wird Spaß machen. Kann ich nicht. Ich treffe mich mit Freunden. Ach, deren Pech. Wo sind wir? An einem Ort, wohin ich früher oft gegangen bin. Ein schöner Ort. Stimmt. Ganz friedlich. Schauen Sie sich das mal an. Ist das nicht cool? Ja. Von mir aus. Abends veranstaltet man hier Lichtshows. Die zeigen auf die ganze Fläche super bunte Lichter. Leider kommen zu viele Menschen. Deswegen komme ich meistens am Nachmittag hier hin. Lichter sagst du? Kommen sie schon hier rüber. Also, was machen sie beruflich? Datenanalytiker. Hört sich langweilig an. Ja, das stimmt schon. Wissen Sie, diese Deckengewirbel sind ganz populär bei Fotografen. Die Symmetrie und der Einfallswinkel des Lichts sind für das Auge sehr angenehm. Sehen Sie? Ja, das stimmt. Also, wie geht es? Und jetzt sagen sie. Danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hallo Hallo Also, ich kann nur noch einen Ort Ich muss aber mich mit meiner Freundin treffen Kommen Sie mit Die machen sich dann Sorgen um mich Das Wasser ist sehr beruhigend, nicht wahr? Ja, Sie haben recht So wie Sie Ihr Leben leben Würden Sie sowas Leben nennen? Was? Natürlich kann man am Anfang eine Weile lang traurig sein Aber mit der Zeit wird es schließlich zwecklos Eine reine Zeitverschwendung Man verpasst dabei die Kleinigkeiten des Lebens Die kleinen schönen Dinge Die kleinen Momente der Freude Das Leben ist kurz Und die Art und Weise, wie wir es leben Gehört uns allein Sind Sie nicht süß? Die kleinen Momente der Freude Acht? Nein Acht? 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 gewartet? Ja, ich gebe zu. Kommen Sie schon, gehen wir. Also, ich gehe schon. Tschüss. Moment mal. Was denn? Ich wollte dir für die neuen Erlebnisse danken. Seitdem sind meine Gedanken viel positiver. Ja, sehr gerne schön. Das freut mich sehr zu hören. Du hast es wirklich geschafft, mich in den letzten Tagen fröhlicher zu machen. Du bist für mich wie ein Licht in meinem Leben geworden. Du bist die Quelle meines Glücks. Du bedeutest mir sehr viel. Ich wollte wissen, ob... Ja? Ich wollte wissen, ob wir vielleicht mehr? Nein. Ich freue mich sehr, dass du glücklich geworden bist, aber... Dein Glück, dein Leben soll nicht von einer einzelnen Person abhängen. Finde in dir selber das Glück, das du suchst. Schätze die Kleinigkeiten im Leben. Lass die schönen Momente nicht umsonst vergehen. Das alles liegt mit der Idee. Sie hat recht. 7 Uhr. 4 Uhr. 5 Uhr. 5 Uhr. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020